Hallo, hallo! Willkommen zu meinem neuen Video. Am Samstag letzte Woche waren wir mit der Arbeit zum Sommerfest, beziehungsweise unsere Arbeit hat uns zu einem Sommerfest eingeladen, wo man in einem Kletterwald und einem Waldparcours-Ding da rumrennen konnte. Und ich hatte natürlich meine Kamera mit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich möchte euch natürlich die Bilder nicht vorenthalten. Es gab insgesamt sechs Parcours... ...re... Parcours... Den ersten habe ich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht gefilmt und deshalb sehe ich hier Parcours 2 bis 6, 5 und 6, waren mega anstrengend. Und ja, für alle, die das nicht kennen, man rennt da halt in Bäume rum und hat halt immer Plateaus auf Bäumen und da muss man von einem Baum zum anderen über irgendein Hindernis drüber und man ist halt mit zwei Sicherungsseilen gesichert, was man dann halt öfter mal sieht. Das heißt, wenn man ein Sicherungsseil löst, weil man irgendwie umklippen muss, dann ist man halt immer noch durch das andere gesichert. Und weil man sieht das halt ab und zu mal, dass ich da mit den zwei Sicherungsseilen rumhänge, weil die hatten auch mitten auf so ein Hindernis manchmal so gemacht, dass man sich umklippen musste, was gemein war, weil man wollte über das Hindernis und da musste man sich noch umklippen. Und ja, deshalb möchte ich das euch jetzt auch nicht vorenthalten und nicht zu viel vorneweg quatschen. Und jetzt geht's los. Oos? Oos? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.